Hier, hier direkt einer, ist bei Martanje. Ja, Martanje ist direkt bei euch, ne und Elch ist bei euch. Vorsicht, wegen Elch. Alle drei Leute sind bei euch. Wo ist er noch? Wieso? Ich hab nicht getötet, ich hab extra abgezogen. Ja komm, töte, wenn du kannst, weil ich kanns nicht sehen, oder? Ich auch nicht, aber ich hab Kunst vergolden, was ich verzeihe. So. Kann ich da füßen? Das war ich. Sag das bitte. Sorry. Aber passt denn da? Ich schick deine Drohne rein. Okay, dann kann ich da nicht füßen. Okay, das war jemand anders. Tür zum Raum ist offen, Tim. Ist da was? Ja! Oh! Oh! Schock drunter weg. Ich kriege hier oben Besuch, wenn der andere nicht bewacht ist. Schön. Schön. Das ist auch gewesen. Zieh dich zurück. Ja, ich hab grad noch geschafft die Katzen zu ziehen. Junge! Das war knapp. Nach rechts sehe ich nichts. Ich fahr grad nach rechts kurz ab. Die haben dort peeked hold. Die ist right der, right there. Ich wurde entdeckt. Right there. Ist sie. Die haben die Tür gerade zugemacht. aber keiner ist so dumm weißt du ist doch noch die ganze zeit da ich gehe immer wieder weg ich bin geblendet von hinten alle von hinten hat echt ungünstig von zwei seiten habe ich hab den leicht ja das war der lebst du doch ja auf der seite ist rück vielleicht in dem kleinen raum drinnen montagne bist du eigentlich geistig wo ist der montagne ist er vielleicht hier in diesem raum drinnen vielleicht weiß es nicht mehr das doch auf der anderen ich habe ihn da als letztes noch gesehen bevor ich geblendet worden bin der ist hier nicht dem war der da vorne bitte melde dich bitte melde dich ähm lalalalalala montagne what hallo so ich bin nimmer unterstützt genau ich gehe nochmal ein anfänger so wie ich gerade gefühlt ist der ganze zeit zeitpuls ich gehe vor ronade schieß auf achtung ich schieß auf achtung ach stimmt ich bin ja pack nein ich sag nichts ne idiot ich sag einfach nichts du behinderte ich hab nicht drauf geacht und auch mit dem draht was war Chris, wie sieht's aus? Der ist doch noch da! Wir tun es die ganze Zeit! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, warte, ich probier mal den... Oh, den komm ich doch nicht rummachen! Er ist immer noch da! Danke für das Kompliment! Bitte! Oh, drei Leute sind oben! Ah, die Gegend kommt über den Dropper, bin mir das ganz sicher! Und? Der ist tot! Alles ist gut! Was ist bei dir was? Was? Moment! Das ging ja schnell! Alter! Oh, warte Scheiße! What the fuck! Und einer ist einfach runtergefallen! Spreinlich! Alter, hab ich grad auseinandergenommen hab, ey! Schust einfach rein! Schnell, schnell! Keine Ahnung! Ja, hier ist schon offen! Der ist doch genau im Raum, da wo du bist Mario! Da! Da wo ich markiere! Aua! Okay! Der ist ja tot! Jupp! Wir haben uns jetzt grad echt zwei Minuten lang! Zweieinhalb Minuten! Komm rein! Hilf mir! Von wo? Von wo? Wo da? Ich hab keine Ahnung! Wo da? Hilf mir mal schnell! Bruch! Nein! Das war eine Scheiße! Er ist genau in der Ecke! Da! Genau in der Ecke! Ja! Nicht mich wiederbeurleben! Ich drum! Marvin! Schön! Mario, das war... Das war acht Jahre gegen das Schild des Braids! Oh, oh! Ja, Mario! Ja! Du scheiß Schlampe! Das war aber jetzt echt heftig aus! Alter! Alter! Ihr sollt nicht... ...noch ein 10es Tape aufnehmen! Muss nicht sein! Unbedingt! Ach! Da drauf stehst du doch! Die ersten zwei, die ihr mir geschickt habt, haben gereicht! Ey, komm! Ich fand sie doch geil! Ja, nachdem es auf YouTube nicht gut lief, versuchen wir es halt woanders, ne? Ja! Boah! Ist halt so, ne? Oh, Mann! Du kannst auf jeden Fall halt diese kleine Leiter runter... Au! Wau! 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 Wo kann ich denn noch Kiebzen? Dort ist Vagery! You know, ist da keiner? Scheint niss! Aber hier ist ein Fenster! Hä? Wo war der Weckl? Wo war der Weckl? Hä, der War eben Weckl ist drin! Ich heff, meinen ich auch! Ich dachte es gerade auch! Ja, ich habe echt gedacht, die wären auch da! Warte, warte, nur mal, warte. Ganz hinten in der Gis, Mira. Michi, ich nehm dann einfach mit dir auf, dann hast du mal jemanden Kompetenzen zum Team. Bist du krank? Du wusstest doch, bist du krank. Nee, nee, eigentlich nicht. Oh Gott, ich komm, ich kriege Wehen setzen ein. Oh mein Gott. Irgendwas komisches war gerade. Oh ja. Verstehen wir uns. Nee, Tim, was hast du gerade noch mal gesagt? Also, du kannst ja dann mit mir spielen, weil ich bin ja kompetent. Ha, D-Javü! Schon wieder, da ist es. Oh mein Gott, ich komm, da ist wieder D-Javü, oh Gott. Oh mein Gott, ha. Habt ihr irgendwie Pollen-Allergie? Ich glaub, wir haben da so ne Bullshit-Allergie, ey. Aber Tim, ich versteh kein Wort, was du gerade sagst. Dann müsste Alex im Channel sein und ihr würdet schon sterben. Mit Bullshit-Allergie. Aha. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Äh, Dings, 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 Tee. Es ist Teezimmer, ja, das ist Teezimmer. Ah, mein Teezimmer. Ah, mein Teezimmer. Ich kann meinen Tee auch in meinem Büro trinken, okay? Okay, ja, das ist das. Okay, okay. Okay, das ist richtig krass. Richtig krasser Banger, ey. Alter, wiesig hier. Mit dir legt sich keine Ahnung, ey. Mit diesen Teezimmern im Büro. Ich hab ein Teezimmer, aber benutze es nicht. Es gefällt. What? Shit. Das ist der Raum, der scheint clear zu werden. Moment, Moment, ich mach gleich noch. Also ich, äh... So, da ist einer. Ja, noch drei. Da auch, direkt ganz links ist einer im Raum. Das heißt, außer Karriere sind alle drin. Alter! Michi? Ja? Ey, ich hab einfach nur links... Ich hab ungefähr in die Richtung geschossen, wo du gesagt hast, ne? Ja. Direkt Headshot. Michi, ich liebe dich für diesen Call. Hilfe. Ich will dich nicht heiraten. Ihr von hinten! Danke dafür mit den Kill, Klaus. Da ist ne Kamera bei euch. Ja, okay, wenn's euch nix ausmacht. Warte. Ist doch schlecht. Noch einer an der selben Stelle. Okay, ich hab hinten erstmal noch. Michi, gehst du so bisschen außen rum? Ich hab dann in. Ich hab in, du hast... du kannst außen. All in. Michi, Side? Ja, der ist ja irgendwo dahinter anscheinend. Ja, ja, das war mir schon... Ja, okay. Nice. Der ist irgendwo dahinter, glaub ich. Oh. Ich hab mich grad noch gesehen. Das hat mir, wenn Operator weitergeht. Das wird nice. Oh, super. Mach's mir einfach. Ich find nicht ganz, was er jetzt... Sehst du? Weißt doch. Was war da dran jetzt schwer? Mann, Junge. Wuh. Ahem. Er wollte gar... Er wollte gar... Er wollte gar kurz hier wieder zaffeln. Er war knapp. Mit... Wecky? Nee, nee. Mit dem... Smog. Der hätte mich... Der hätte mich gestört. Aber Wecky ist auch in dich reingerannt, ne? Ja.